Stefan! Lukas! Willkommen in der Show! Where's Budapest? Where's Berlin? Und jetzt ist sie bei uns im Studio. Leila, welcome to the show. How delicious is the winning of her kiss? Find her love to eternal bliss. Wer jetzt gegen den ESC protestiert, der soll sich doch überlegen, ob er am nächsten Tag, wenn das alles vorbei ist, auch noch sich um Aserbaidschan kümmert. Und genau das ist unsere Frage des Tages heute hier bei uns in der Rundshow. Aserbaidschan macht sich hübsch für das Mega-Event, wenn die Kameras der Welt auf das kleine Land schauen. A disaster for thousands of people in Baku, who became homeless, who have horrible problems. Diese Menschen wären im Grunde genommen genauso weggeknüppelt oder rausgemobbt worden, wenn der ESC nicht gewesen wäre. We are running scared from Baku. That's why we are in Berlin now. I was against Boycott from the very beginning. I think that Boycott is not radical enough for me. Das hieß nämlich erstmal Politik auf die schmalen Schultern der Künstler laden. Und mich würde mal interessieren, ob jene, die das so wünschen, eigentlich von den Künstlerinnen und Künstlern über starken Hellenmut verlangen. Jedenfalls mehr, als man ihn gewöhnlich von der Politik einfordert. Und jetzt finde ich, sollte man eher gucken, dass man den ESC eben nutzt, da einen positiven Impuls in die Region zu bringen. What do you expect from us people in Germany? If you keep on doing broadcasting the Azerbaijan realities to the world, I think this is the real support from Germany. I think my time goes to freedom. 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 Freedom.